Hallo zusammen und willkommen zu dieser Sonderausgabe von Sinnedomme oder Spezialausgabe oder Star Wars Special oder wie auch immer. Ich habe gerade den dritten Trailer zu Episode 7 gesehen, das Erwachen der Macht und ich bin sprachlos. Ich war vorher ja schon begeistert, das habt ihr ja glaubt gemerkt, aber jetzt bin ich so gehypt. Ich hoffe mal der Film kann meine hohen Erwartungen jetzt überhaupt noch erfüllen. Den Trailer fand ich ziemlich, ziemlich geil. Die Action sieht mega fett aus, die Darsteller gefallen mir im Trailer zumindest schon mal ganz gut. Han Solo und Chewbacca und Leia ist ganz kurz zu sehen und vor allem der Trailer deutet was an. Ich bin mal gespannt, ob sie das wirklich machen, weil es sieht in dem Trailer fast so aus, als ob Luke, der neue Schurche des Films wäre und das wäre ja mega mindblowing und also ich bin sowas von gespannt auf den Film jetzt und sowas von geflasht und am liebsten würde ich ihn sofort gucken. Aber wir müssen leider noch warten bis Dezember und ich freue mich auf den Film und ich hoffe, dass er auch nur ansatzweise meine hohen Erwartungen erfüllen kann. Also ich bin wie gesagt mega geflasht und mich würde mal interessieren, habt ihr den Trailer gesehen und was haltet ihr davon? Was sind eure Gedanken dazu? Schreibt es mir bitte in den Kommentaren, da würde ich wirklich super gern mit euch diskutieren und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht sowieso schon gemacht habt und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann!